Hallo, mein Name ist Simon Ebbert. Ich bin Ingenieur und arbeite für das Geschäftsfeld Wasserbau in der Anwendungstechnik bei Husker Synthetik. In diesem Videocast möchte ich Ihnen gerne die Anwendung und das System der geotextilen Betonmatte vorstellen. Dort, wo Wasser in direktem Kontakt zum Boden steht und es infolge des sich bewegenden Wassers zu Partikelabtragungen kommt, spricht man von Erosion. Erosion und dessen Gegenteil die Sedimentation sind natürliche Prozesse, die jedoch in einer mehr und mehr anthropogen überformten Umwelt ernsthafte Probleme verursachen können. So können sich als Folge von Erosions- und Sedimentationsvorgängen sowie den damit einhergehenden Materialumlagerungen erhebliche morphologische Veränderungen einstellen. Vor allem die Erosionsprozesse, die sowohl an fließenden und stehenden Gewässern wie zum Beispiel Flussläufen, Kanälen, Seen, aber auch an der Küste auftreten, machen bauliche Maßnahmen zur Sicherung des Ufers oder der Küste erforderlich. In der Regel erfolgt die Sicherung durch ein Schützsteindeckwerk. Als Alternative bietet sich ein Betondeckwerk an, bei dem Erosionsgefährdete oder bereits erodierte Flächen gesichert werden. Beton in situ auf einer Böschung einzubauen ist zwar prinzipiell möglich, allerdings mit einer aufwändigen Schaltungstechnik verbunden. Wenn diesem Szenario komplexere Geometrien zugrunde liegen, scheiden konventionelle Schalungssysteme nahezu komplett aus. Auch die Verwendung von Betonfertigteilen ist in der Regel nicht möglich, da die dazu notwendige Ebenheit des Planungs oftmals nicht gegeben ist. Des Weiteren ist die Gefahr von Unter- und Ausspielungen insbesondere in den Fugenbereichen groß, sodass diese Bauweise oftmals keine Option darstellt. Die sich dadurch ergebenden baulichen Herausforderungen können durch die Verwendung einer geotextilen Betonmatte gelöst werden. Hierbei handelt es sich um ein textiles Schalungselement, das in situ mit Beton verfüllt wird, sodass eine monolithische und fugenlose Betonplatte entsteht. Das Betonmattensystem setzt sich aus zwei elementaren Komponenten zusammen. Der geotextilen Schalung und dem vor Ort einzufüllenden Beton. Das textile Schalungssystem besteht aus zwei geotextilen Lagen, die in regelmäßigen Abständen miteinander verbunden sind. Die Verbindung der zwei Lagen kann wahlweise durch vertikal angeordnete Stegbänder oder über Abwebungen erfolgen. Durch die Abwebungen lassen sich Filterflächen generieren, durch die hydraulische Potentialunterschiede ausgeglichen werden können, wie zum Beispiel ein schneller Wasserspiegelabsunk in Folge von Wellenbewegungen. Außerdem ermöglichen entsprechende Mattenkonfigurationen mit speziell dafür dimensionierten Filterflächen eine nachträgliche Begrünung. Durch die Verwendung von vertikalen Stegbändern lässt sich ein annähernd konstanter Betonmattenquerschnitt erzeugen, der neben dem Erosionsschutz auch die Verwendung als Abdichtungselement ermöglicht. Aufgrund des textilen Charakters der Matte sind bekannte Fügetechniken aus der Textiltechnik, zum Beispiel das Nähen, verwendbar und erlauben so die Fertigung maßgeschneiderter Schalungselemente. Dies erlaubt die Fertigung von zusammenhängenden Panels bis zu einer Größe von ca. 1000 Quadratmetern. Durch die Verwendung von Industriereißverschlüssen besteht die Möglichkeit, diese Panels auf der Baustelle zu noch größeren Einheiten zusammenzufügen. Dieses Aneinandersetzen bzw. das kontinuierliche Verbinden von Panels ist unbegrenzt wiederholbar. Im Hinblick auf die Auskleidung von Linienbauwerken wie zum Beispiel Kraftwerkskanälen wird so die Herstellung einer fortwährend durchlaufenden Dichtung ermöglicht. Maßgeblich hierfür ist aber auch die zweite Systemkomponente, der Beton. Um die geotextile Matte mit einer möglichen Stegbandlänge von 8 bis 56 cm durchgehend zu füllen, bedarf es eines ausreichend fließfähigen Betons. Vorteilhaft haben sich selbstverdichtende Betone mit einem Setzfließmaß von mehr als 600 Millimetern erwiesen. Hierbei wird der Beton bzw. der Mörtel mittels konventioneller Pumptechnik in das Innere der textilen Schalung gepumpt. Aufgrund seiner flüssigen Konsistenz breitet sich der Beton gleichmäßig in der Matte aus und formt einen monolithischen Betonkörper. Sobald die gewünschte Befüllhöhe bzw. Betondicke flächendeckend erreicht wird, ist die Installation abgeschlossen. Ein weiterer elementarer Vorteil des adaptiven Betonmattensystems ist der einfache Unterwassereinbau, der auch Kanalsanierungen bei laufendem Betrieb ermöglicht. Aus der Möglichkeit, eine fugenlose, monolithische Betonplatte in nahezu allen erdenklichen Geometrien herstellen zu können, ergeben sich neben erheblichen technischen Vorteilen die verschiedensten Anwendungsgebiete. Einige Beispiele dafür sind Kanalauskleidungen, Auskleidungen von Regenrückhaltebecken, Überströmstrecken sowie Sohlsicherungen selbst von hochbeanspruchten Hafensohlen. Für das geotextile Betonmattensystem Incomat sprechen nicht nur über 50 Jahre Erfahrung in der Praxis, sondern auch jahrelange Forschung und eine kontinuierliche Weiterentwicklung dieses einzigartigen, innovativen Produktes. Ich hoffe, diese Präsentation war interessant für Sie. Sollten Sie an weiteren technischen Details und Hüskerlösungen interessiert sein, informieren Sie sich doch auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich zu beraten.